Alter! Es ist, es ist gar nicht, es ist... Ich weiß nicht, ob ich... Scheiße, Punkt! Aber das reicht nie und nimmer, um da hinten rüber zu kommen. Hoch! Ja Mario, ich spring wieder zurück hoch. Alter, mir wird es schwindelig schon. Es ist zu krass einfach! Vor allem, ey, also so dumm wie ich jetzt auch gespeichert habe, da... Selbst wenn ich rüber an die andere Liane komme. Das war gerade eben noch schlimmer, der Spielstand. Ja! Jetzt habe ich so viel Zeit, um zu versagen. Ich raste gleich aus! Warum, Mario? Wohin denn? Des Weges! Ihr wollt nicht glauben, wie oft ich jetzt gerade schon... Mach hier mit dieser verkackten Pflanze! Wenn ich weg gucke, bewegt es mir schon die Wand so. Passierschein A38! Bitte! Nein! Für alle, die nicht wissen, warum hier... Asterix. Ich glaube, bei Asterix eroberte Rom ist es das, wo er die Prüfung machen muss. Ich liebe den Film. Wisst ihr, was ich mache? Wenn ich die Scheiße hier gepackt habe, oder mir die Finger abgebissen habe, wenn ich sowas von mir den Film angucken und ein Eis essen... Auch... Scheißegal! Zum Glück ist es erst 23.18 Uhr! Ja? Und wisst ihr was? Heute sage ich nichts über die Nachbarn! Ich habe nämlich gesagt, Leute, guckt einfach mit! Die hocken hinter mir! Die Kudi, die Kalle, die Kartoffelpuffer! Auf einmal hocken wirklich Leute hinter mir! Ach Mario, weißt du was? Mach doch alleine weiter! Jetzt habe ich voll Bock auf Asterix! Jetzt kann mir nichts mehr die Stimmung versauen! Okay Mario, ich habe eine Idee! Mir überfallen die Schwachen und Grippe! Hahaha! Wer kennt das? Wer kennt das? Die Jungen und Starken, die wehren sich immer so! Ich habe ausgeguckt, wo in der Stadt Behinderte wohnen! Die sind absolut hilflos! Hahaha! Ich glaube, ich werde schon langsam verrückt! Mario, du alter Knecht! Deine Mutter! Geht's schlecht! Mario, gute Taktik! Ja, 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 ich weiß schon, warum euch das Spiel gefällt! Alle schreien sie nach Mario! Äh, ja, du Zuschauer, denkst jetzt vielleicht was? Jemand anderes wollte auch Mario! Alter! Ich habe in Facebook vorneweg sechs private Nachrichten bekommen! Ähm, warum denn Mario nicht weitergeht! Dann unter dem Video steht's glaube ich auch irgendwo! Und unter öffentlichen Bildern, in Gruppen steht's auch! Und wann geht Mario weiter? Ja, ich weiß, dass Mario weitergeht! Aber es geht gleich nicht mehr weiter, wenn ich in meinen Finger gebissen hab! Ich hab immer wieder gute Ansätze! Und manchmal falle ich einfach nur in die Lava, weil's Spaß macht! Welchen Tod würde ich gerne mal sterben? Naja, ich weiß auch nicht! Wird es jetzt besser wie Mario? Vor allem mir kommt's so vor, als würde es immer schneller werden! Ich spring einfach mal in die andere Richtung! Mhm, mhm, mhm! Na gut, na gut! Ey Leute, ich verreck hier noch! Wie soll denn das gehen? Oh Gott, ich glaub ich weiß was! Ich weiß was! Ich Affenkartoffel! Mario! Es war nah dran, ich weiß! Mein Ohrjuck! Jetzt stehen meine Haare da so ab, aber ich bin Jack! Ey, er knallt doch immer schon unten an die... Mario, ich seh, dass du... Ah! Ist dieser Speicherstand jetzt auch etwa für den Arsch? Wisst ihr, dann ist es echt... Dann ist es echt schwierig motiviert, von hier weiter zu versuchen, wenn man... Wenn man gar nicht genau weiß, ob man's mit dem Speicherstand überhaupt schaffen kann! Ja, aber ich hab's versucht! Ich hab's verfickt nochmal versucht! Die Scheiße! Ich fluch hier rum! Ich hab Sponsoreverträge mit Kartoffeln und Salat! Und, äh, schreie hier rum! Also wer das Video von Commander Krieger gesehen hat, über die ganze Sache an sich, ne? Mit Verträgen und, äh, cool bleiben und sowas! Alle Verträge werden aufgelöst! Ich bin nicht mehr reich dann, ne? Mario denkt sich immer, na gut, wenn ich nach unten krabbel, bin ich direkt tot! Auch nicht schlecht! Ich träume von einem tiefen dunklen Wald, wo ich blut junge Mädchen ausrauben und vergewaltigen kann, ohne dass eine ihre Schreie hört und mich verpetzt! Du bist ein krankes Schwein, Robin! Ich muss alles mit einem Mal klappen! Zack, zack, zack! Ich hab jetzt hab ich echt einen guten Sch... If Mario wasn't so fucking behind it! Mario, 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 Mario! Ja, wenn der Arsch so ein bisschen in die Lava geht, weiß man Bescheid, dann geht's nämlich! Hopp, 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 Mario! Schau doch deinen fetten Arsch da hoch! Oh Gott, ich hab da gespeichert! Oh Gott! Ähm... Oh Gott, wenn das jetzt... Ich raste jetzt echt... Hoch! Rüber! Ich renne uns einfach als kleiner Zwockel weiter. Ach du Kacke, da oben kommt! So eine scheißverkackte Schildkröte! Ah! Ja? Alter, leck mich am Arsch! Was ist... Oh Gott! Uah! Nein! Was? Das ist jetzt sogar machbarer, wie das von vorhin. Ist das cool! Mario, bitte spring am Schluss! Ich drück doch drauf! In dieser scheiß Block! Ich kann's nicht glauben, dass ich auf das erste komme und dann vergesse ich bis zweit zu drücken! Jetzt schaffe ich's bestimmt! Jetzt! Ja, ja! Ich muss auf Verdacht! Ne, ich speichere da nicht auf Verdacht! Schau mal Mario, der rennt falsch rum! Mario, du bist so ein Freestyle, wisch das? Ach so, ich muss über die Dinger drüber springen! Nein! Mario, du all die Puffmutter! Komm bitte, mach das jetzt! Hä, wie? Ich raff das nicht, wie ich das machen soll da hinten! Ich muss schon im ganz verrückte Winkel auch kommen! Ducken und dann springen! Ich glaub das geht! Ja, ich hatte bestimmt, ich hatte bestimmt 2% einer Sekunde Zeit! Was völlig ausreichend für mich ist! Denn ich bin... Killer! Alter Verwalter! Aber mir wird das echt langsam schlecht! Weil das so schnell ist! Also mir wird tatsächlich... Aber ich will's machen! Mir kommt's so vor, als hätte ich vorhin ein viel größeres Light schon überstanden, wie das hier jetzt! Also ich bin mir fast sicher, dass es unmöglich ist! Ich bin mir fast in hier! Ich hab hier hinten so dicht! Oh, das ist eigentlich nur ein Räder! Und ja! Und ich kann auch mal um den Park! Ich hab's jetzt auch echt! Ich hab hier hinten irgendwo Konto! Und ich bin so wichtig! Ich bin so wichtig! Ich bin so wichtig! Und ich weiß es nicht! Es ist nur ein paar Konto die Hände! Tat! Jungs, ich weiß es nicht! Aber ich weiß es nicht! Seine Vitam! Bis zum nächsten Mal!